Wir müssen zum Arzt. Komm. Aber ich will keine Spritze. Doch, das ist wichtig für dich. Nein, ich komme nicht mit. Wir fahren jetzt, oder du bekommst kein Taschengeld mehr. Ist ja gut. Du benimmst dich wie ein Kind. Ich habe Angst vor Spritzen. Das geht ganz schnell. Du brauchst keine Angst zu haben. Na gut. Sind Sie bereit, Herr Müller? Ja, Mia ist bereit. Nee, Sie bekommen doch heute die Spritze. Ich? Ja, heute sind Sie dran. Ich habe Angst vor Spritzen. Sie sind doch kein Kind mehr. Nein, ich will nicht. Papa, das sage ich Mama. Nein, ich mache ja schon. Sind Sie bereit? Nein. Gut. Aua! Habt ihr Angst vor Spritzen?